Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Ich habe Achtsam Warten von Carsten Dus gehört. Aufgefallen ist mir das Hörbuch, weil es sich schon so lange auf den Bestsellerlisten hält. Inzwischen ist auch ein zweiter Teil erschienen. Der jedoch lässt sich nicht unabhängig lesen. Deshalb, und auch weil ich neugierig war, habe ich mir Achtsam Warten als Hörbuch angehört. Und mein Fazit, ich bin begeistert. Carsten Dus trifft mit seinem schwarzen Humor genau den Meinen. Mit einem ständigen Schmunzel und Auflachen habe ich das Hörbuch in vollen Zügen genossen. Um was geht es? Björn Diemel ist ein erfolgreicher Anwalt. Seit kurzem von seiner Frau getrennt, besucht er ein Achtsamkeitsseminar. Er möchte lernen, sich wieder mehr auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Dummerweise gerät sein Mandant in große Schwierigkeiten, als dieser in eine Falle gelockt wird. Die Sache eskaliert und Anwalt Diemel soll es richten. Allerdings blöd, dass der Zeitpunkt genau auf das Wochenende fehlt, dass Björn mit seiner Tochter im Haus am See verbringen möchte. Nur gut, dass er das Achtsamkeitsseminar besucht hat. Nun kann er die Dinge praktisch anwenden, auch wenn es dabei ums Töten geht. Ich habe die gekürzte Fassung innerhalb von fünf Tagen gehört. Diese geht sieben Stunden und 22 Minuten. Nie hatte ich das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Gelesen wird das Hörbuch von Matthias Matschke. Er hat eine angenehme, erzählerische Art. Er liest mit viel Emotion. Dieses Buch hebt sich deutlich von anderen Krimis ab. Es wird nicht aus der Sicht der Einmittler erzählt, sondern aus dem Blickwinkel des Verursachers. Dass das Ganze noch mit einem galgen Humor hinterlegt wird, gibt dem Buch die richtige Würze. Fazit Ich fühle mich bestens unterhalten und gebe einem Hörbuch 5 Sterne. Auf die Fortsetzung, die bereits im Buchhandel erhältlich ist, freue ich mich ganz besonders. Nach einem Achtsamkeitsratgeber habe ich mich bereits umgeschaut. Nicht, dass ich ein Mafiakartell übernehmen möchte. Nein, weil ich glaube, dass es sich lohnt, den Alltag bewusster zu leben. Das Hörbuch wurde uns als Rezensionsexemplar von der Hörverlag zur Verfügung gestellt. Dafür vielen Dank. Hier oben findest du eine Hörprobe des Hörbuches. Wenn dir die kurze Rezension gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann schreibe deine Meinung als Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonniere nicht vergessen. Bis dann!